Also, lieber Christian Renz, ich sage vielen, vielen Dank für das Angebot, eine Porno zu drehen mit deiner großartigen Company. Ich denke drüber nach, ich denke ernsthaft drüber nach. Gage ist nicht so ein Thema, im Gegensatz zu deinem Klienten habe ich Geld. Aber ich hätte gerne eine Darstellerin, und zwar die Maggie, die Nochfrau von Christian, damit die auch mal sieht, was mal geiler Sex ist. Also von dem, wenn du das möglich machen kannst, ruf mich an und wir finden eine Vereinbarung, wie es ihr richtig gut besorgt für Kamera. Also, Chromie und danke für das Angebot. Ich freue mich sehr und ich fühle mich sehr geehrt.